Hallo Leute und andere. Ich will gerne heute über den Thema spazieren. Ich frag mir, wie ich das wüsste was. Und zwar der Thema Verletzungen. Verletzungen haben wir alle gute Leute gehabt. Mir hat gerade schon ein wenig, es ist einfach dass auch wenn es die Verletzungen ergibt haben. Wenn das eine größte hat, tut das alle anderen. Habt ihr eine Zeit, die das mit dem Thema spazieren will, wenn so Verletzungen passieren? Habt ihr eine Zeit, gerückt mir einfach, dass ich dir auf die Sprache viel und so kannst du laufen. und du weißt, weil es auch das muss, dass du dich dann fannst in dir. dass du dass trotzdem auch was auch von so Verletzungen passiert sei, sehr verschmerzt du was. auch von mir dann, was auch voll gefurrigt ist, dass du auch von so Verletzungen aber wenn du verletzt hast, dass du trotzdem auch ob du bleibst versichst. Wird hier bleibst. A gleiches Zeit triff. Ob wir für andere Leid bist. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Alles für Jesus, das eröffnet einfach, um zu vertrauen. Du hast dein Volk am Herz. Du hast alles gut können. Du hast alles gut. Du hast alles gut gemacht. Ja, und dann muss ich mir jetzt auch noch gerne vorziehen. Falls du irgendwie gefilmt hast, das würde ich mir zu erzählen. Na dann. Merci, dass du auch bist. Merci, dass du auch bist. Bis zum nächsten Mal.